Hallihallo liebe Individualisten und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Individuell unterwegs. Ich bin heute nicht alleine unterwegs, sondern mit einem meiner YouTube-Zuseher, der mich angeschrieben hat. Ihr findet ihn unter darkgebura und er ist jetzt vor kurzem in das ganze Thema Bushcraft, Survival und so weiter eingestiegen und hat mich angeschrieben, ob ich nicht mal Lust hätte, mit ihm gemeinsam was zu machen, irgendwo im Wienerwald. Ja und wir haben uns dann dazu entschlossen, heute einen kleinen Besuch bei meinem Lager zu nehmen und ja, wir wollten uns einfach einen gemütlichen Tag machen, ein bisschen Bushcraften, ein bisschen neues Equipment ausprobieren und ja, dafür sind wir einfach meine Standardstrecke gegangen und dann schlussendlich auch noch zu meinem Lagerplatz, haben dort ein gemütliches Tageslager aufgebaut und haben es uns dann gut gehen lassen. Ja und wenn ihr Lust und Laune habt und euch das interessiert, dann kommt es doch einfach mit und bleibt dabei! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.